Wird Leertaste drücken an deine Stirn. Du musst halt ein bisschen... Nein, Kundran! Spring hinterher! Schnell! Oh shit. Spring hinterher! Spring! Oh, nein, das geht nicht gut. Doch, doch, gerade so. Ja und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Drift. Guru hinter dir. Guru hinter dir. Entschuldigung. Kundran. Hallo. Da hier die Einleitung stört. Leuchte mal so ein bisschen alles aus hier. Ja, hallo. Nefi ist auch dabei, richtig. Ja, manchmal bin ich dabei. Kondran, hier, ich zeig dir mal was. Ich zeig dir mal, wo wir hingehen jetzt. Ja, warte, ich muss ganz kurz... Willst du ihn auch in den Tod stürzen? Nein, okay, Kondran. Ich wette euch jetzt. Ne, ich komm sofort. Guru, Guru, bitte Erste sein, der dir zehn Tode erreicht. Hab diese Folge noch? Wahrscheinlich, ja. Will der Allererste sein. Was krass ist ja, hier gibt es diese Vögel, die es draußen gibt, halt auch in Schwarz. Die sehen direkt bedrohlicher aus, obwohl sie nicht mehr können. Das wäre super. Ja. In der Welt will ich alles umgehen. Okay. Ich komme, Guru. Ich dachte, ein Warp wär's schlimm, ey. Ja, hier ist es auch schlimm. Ne, nicht hier. Das ist mein Feld. Ich dachte, du hättest da jetzt wirklich eine Wasserleitung runtergelegt. Ja, was? Wird es auch passieren jetzt? Wird auch. Das ist der Wasserfahrstuhl, der berühmte. Kommst du bitte hierher? Ja. Spring rein. Das Wasser muss erstmal weiter unten ankommen. Spring... Nein, spring rein jetzt. Nein, das passt schon. Wird Leertasse drücken an deine Schilder. Du musst halt ein bisschen... Oh. Nein, komm dran! Spring hinterher! Schnell! Oh shit. Spring hinterher! Oh, doch. Doch, gerade so. Ähm. Hier ist was. Ja, das sag ich ja. Wehr dich mal erstmal. Ja, du konntest mal mitzauern. Was mach ich denn? Oh Gott, war das knapp. Dafür hab ich hier irgendwas Verzauberst bekommen. Das ist ein Vogel. So. Jetzt immer den Explosionen nach. Das sind die Trickster. Ne, das sind nicht die Trickster. Das ist ein Magieke. Ich muss... Hier lang von dran. Ich muss erstmal voll heilen. Von dran. Kannst du dich bitte an die Regeln halten. Puh. Alter. Bist du da? Ja. Lauwe? Warte mal. Wo sind wir denn lang gegangen damals mit Nephi? Damals. Damals. Warte, warte, warte. Ich muss kurz nochmal überlegen. War das schon vorgestern? Wo sind wir denn lang gegangen? Hier lang? Ist hier ein Clown. Shit, ich brauch Holy Arrows. Ich muss aber euren Namen irgendwo sehen. Oh. Ich seh euren Namen. Da? Ich seh euren Namen. Ich muss nur meinen Namen finden. Warte mal, hier sind wir falsch. Ich muss schon mal dir was zum Essen suchen. Auf jeden Fall ein Clown. Toll, ne Bäre macht einen Halben. Da darfst du dich auch nicht vom Bäre nennen. Warte, das ist Kun dran. Ja, wir sehen ihn ja auf der Map. Auf jeden Fall. Ja, genau. Ihr seht mich auf der Map. Oder ihr halt... Also irgendwo hier rechts müsstest... Geht's hier rechts lang? Wenn ihr euch irgendwo durchbuddelt? Der ist lieb, der ist lieb. Okay. Warte mal, wir müssen rechts, sagst du? Vielleicht müssen wir hier lang? Warte, ich seh euch auf der... Aua! Was? Hier ist was Unsichtbares. Hier. Da lang? Ja. Ich nehm Schaden von irgendwas. Hier ist ein unsichtbarer Clown. Geh zurück, geh zurück. Ich bin fast tot. Ja, ich seh's. Jetzt bin ich tot. Es ist unsichtbar, was mich hier angreift. Ja, ja, mich auch. Es ist ein Ghost. Alle Sachen sind verloren. Wir brauchen irgendwas, womit man Geister sehen kann. Wir müssen es einsehen. Alle Sachen sind verloren. Kann man da irgendwas machen, dass man Geister sehen kann? Nein, die kannst du zwischendurch mal sehen. Ich baue dir nur ein Schwert und... Eime. Soll ich Kisten hier hinstellen, damit die wenigstens hier stehen? Ich weiß es nicht. Nee, das macht ja auch keinen Sinn. Es ist ja gar nicht so schwer, da unten hinzukommen. Jetzt wissen wir ja, wo wir dann müssen. Also hier ist auch einiges ausgeleuchtet. So viele Monster sind jetzt hier nicht mehr. Ich glaub auch. Sagte er und hörte komische Monster-Geräusche. Kunna, wenn du da bist, dann fahren wir wieder mit dem Fahrstuhl. Geh schon mal, ich mach mir Leitern. Nee. Nee. Nee, das sind über 50 Leitern, die du machst. Du machst ja nix. Na gut, ich mach mir den Fahrstuhl. Dieser Clown macht mich, Kirre. Clowns sind geil. Machen wir Tü-Tü-Tü. Es geht mir voll auf die Nüsse. Quatsch. Ach du heiliger. Kotnascher. Ja. Irgendwas atmet mir hier ins Ohr und das ist richtig ekelhaft. Oh, hör auf zu atmen. Ist das okay, wenn ich dich lute? Ist das okay, wenn ich dich lute? Ist das okay, wenn ich dich lute? Unglaublich. Wir haben mich hier luten. Kunna, ich nehm mir eine Iron-Chess raus. Du hast ja ne andere Zauber, die liegt hier noch. So, wo war denn jetzt nochmal das Loch? Irgendwo hier hinten. Oh Gott, warum hab ich jetzt... Ich hab schon wieder... Ach so... Nefi, ich sehe deinen Arm. Pack grad alles in Kisten. Du werd schon wieder gehauen von... Der war wieder unsichtbar. Und ran langsam wird's auf, ey. Nefi, ich komm nicht rüber. Hier rüber. Du hast mich eingebaut. Dürfte aber nur Erde sein, oder? Ne, Cobblestone. Tut mir leid. Ich hab keine Schmerzakke. Dann müsste ich... Führ deine Kisten! Ah! Hörst du auf das Atmen? Hörst du's? Für den Clown. Und das Atmen? So, Nefi, ich klau dir mal was zu essen. So, was machen wir denn jetzt? Sollen wir die Sachen einfach alle mitnehmen hier, oder was? Danke. So, warte. Ich hab auch mein Zeug da reingelegt. Lass mich mal die obere Hälfte eben rausnehmen. Ist ja egal. Wir können's dann nachher immer noch verteilen. Nefi, hast du irgendwas, womit ich mich verteidigen kann? Da ist ein... Ne. Ein Steinschwert aller höchstens vielleicht, wenn du Glück hast. Deine Leichen sind doch da unten drin. Ja, das Problem ist, ich werd hier oben wieder von so nem... Warte. Warte, Goro und ich komm jetzt hoch. Hast du deine Leiche jetzt leer? Ja, Leiche hier ist leer. Okay, Kist ist auch leer. Okay, dann... Du kennst den Weg zurück. Ah, jetzt seh ich das Ding auch. Aber da... Da kommen doch die Monster her. Bist du wahnsinnig? Hier ist ein Emerald, Goro. Den nehmen wir erstmal mit. Irgendwas... Warum gehen wir durch eine unbeleuchtete Höhle? Ich bin auch gerade verwirrt. Da bist du aber jetzt hergekommen. Wie bist du denn jetzt hierhergekommen? Ach, hier bin ich rüber. Noch dabei? Oh nein. Bist du noch dabei? Ja, ich komm. Oh nein. Ah, du bist den Umweg gegangen. Oh, hier ist irgendwo ein Dungeon. Hast du gehört? Ja... Scheiße, jetzt gehst du mal kurz auf den Dungeon. Die haben mal zwei Eisen geklaut. Ja, ist okay. Hier liegen Kodrat und ich. Nachts. Aber müssen wir hier hoch, oder was? Was? Nein. Ich seh euch nicht. Ich seh eure Leichengehe gar nicht. Nee, warte mal. Soll ich... Kannst du... Die kannst du nicht sehen, ne? Nee. Okay, müssen wir später wiederkommen. Ja... Okay. Oh Gott. Die kommen jetzt hoch, beide? Mist! Wo ist das? Beeil dich! Au! Au! Ich finde das übrigens scheiße, dass du deine Fenster noch nicht drin hast, Goro. Warum? Da kann man sich bei dir nicht ins Haus retten. Nee. Weiß ich. Au! Nefi, komm hierher! Ja. Ja, bau dich hoch und schick Wasser runter. Ich komm runter. Wasser runter... Wasser ist ja Trinkland. Scheiße. Ähm... Ja, mach halt. Ja, ich komm gleich mit Leitern zu euch. Komm mit! Wir schaffen es zusammen. Was? Wofür sind diese Miniaturherzen? Gehalten? Gut, gut. Jetzt komm! Ja, warte. Ich muss da doch auch drauf kommen. So, dann müssen wir jetzt immer zusammenspringen. Das weißt du. Ich spring jetzt die ganze Zeit. Komm. Warte. Drei. Warte. Drei. Zwei. Ein. Ne, fast nicht. Setz du Steine? Hier wär mehr Nacht. Jetzt hat du Sau. Hast du Steine? Äh... Nein, aber ich hab auch... Habt ihr jetzt eigentlich mal ne Leiche gelootet? Nein, haben keinen Platz. Ah, hier liegen... Hier liegen eure Leichen. Hier liegen zwei Leichen. Ne, das sind die nicht. Das sind nicht die richtigen. Wie viele Leichen habt ihr denn hier unten verloren? Oh, oh. Goro, was hast du mir da runter geschickt? Alter. Was war das? Weiß es nicht. Oh, Nightshade. Ne, wie hier. Ich hab keinen Platz in den Winter. Okay, jetzt hab ich. Was ist ein Scheiß, ey. Oh. Leute, da unten sind noch meine Sachen. Ja. Dann gehen wir halt wieder hoch. Äh, runter, weil ich... Runter geht schnell. Ja, runter geht schnell. Wir müssen aber erstmal das Eisen sichern. Dann hast du neue Sachen. Er hat auch einen ziemlich geilen Bogen. Oh nein. Kunran. Ja, da sind Leitern. Wo sind Leitern? Okay. Ab da sind Leitern. Okay. Dann, äh... Seher gar nichts. Lass erstmal hier in die Lücke gehen und das Kunran runter. Ja, da muss einer mal gerade hier noch einen Stein hinsetzen, dann kann ich euch die Leitern da noch hinsetzen. Ach, okay. Dann könnt ihr den Rest nämlich nach oben gehen. Ich hab keine Steine dabei. Aus dem Weg! Kunran ist viel... Serious, ey. So, hier. Ja, und wie kommst du jetzt runter? Ja, jetzt muss man... Hast du eine Hacke? Nein. Ah, da. Goro hat dir eine gegengeworfen. Ah, danke. Bitte. Du schaffst es alleine Kunran? Wollen wir sehen. Er ist so mutig. Sie werden so schnell erwachsen. Ich hab ja nicht so viel dabei. Oh Gott, ich hab hier das Herz, konnte ich vielleicht essen. Oh, was hast du denn hier für eine Leiter gemacht? Links, rechts, links, rechts. Ja, das eine hat... Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ach du großer Gott, was ist denn hier draußen los? Oh, Goro wieder. Ah? Ey, warum fliegen denn jetzt hier so viele Wisps rum? Weiß ich nicht. Die sind böse, weil du ihre Kumpels getötet hast. Oh nein, ich sterbe! Oh nein. Das sind aber liebe Wisps. Das ist... Ne, das... Ich hab grad das Gegenteil bewiesen bekommen. Oh, warte mal. Das sind doch keine lieben Wisps. Oh Mann, ey. Oh, ist das ein Creeper? Oh, ist das ein Creeper? Boah. Ich hab noch nie so'n passenden Tod erlebt. Oh, ist das ein Creeper? Boom. Ich kann meine Leiche nicht looten. Ja, lass schlafen gehen. Ist das ein Creeper? Äh, Kudra, kannst du kurz... Mich ausloggen? Ja. Oder du brauchst hier unten ein Bett, wie du willst. Okay, jetzt kannst du da. Ist das ein Creeper? Kann meine Leiche nicht looten, Nephi. Warum nicht? Geht nicht. Oh, ne. Moment, ich muss jetzt erstmal hier aufräumen. Bewusst deine Leiche. In meinem Haus. Alle meine Sandsbury sind weg. Oh nein. Ja. Ich kann. Okay. Warte. Äh, Shift Leertaste Q. Nein. Doch. Hier. Ich schmeiß alles raus. Hier, sammle ein. Ja, warte. Drei Schwirter. Von zu. Was haben wir? Die Dinger, ne? Da liegt nur ne Rüstung von dir. Weiß. War's das? Oh, ja. Kann sein, dass ich irgendwelche Ressourcen hab, aber das Teil wäre... Kann ich den auch nicht abbauen. Ich hoffe. Nee, geht nicht. Der ist, als wenn das für mich nicht da wäre. Okay. Dann... Bargarino. Ach, der hat auch meine Decke kaputt gemacht. Das war gut, dass du, wo ich gestorben bin. Ah, Shit! Was ist das? Wo war es nur ein Skelett? Die schaff ich, die schaff ich, die schaff ich, die schaff ich. Der Risp hat voll... Der Risp hat mich jetzt angebritzelt und verpisst sich. Ich hab jetzt doch keine Lust mehr zu spielen. Ich hatte voll Bock so... Oh, geile Drifter nimmst du heute wieder auf, ey. Jetzt hat er... Oh, der Risp mag mich nicht, Goro. Der kommt immer, schickt mir nen Blitz in den Arsch und geht weg. Und dann fliegt er mir weg. Ja! Jetzt kommt er zu dir. Ich mag da aber. Mach schon. Ach, schade. Er ist echt über Goro drüber geflogen. So, wo ist meine Leiche? Direkt an der Le... Oder ja, den Gang lang ein bisschen noch. Da war... Genau. Nur ein bisschen den Gang lang. Hier runter, glaub ich? Nee. Da? Ich hab mal Eisen in die Schwänze gepackt. Nee, da auch nicht. Das heißt, wir können uns wenigstens bald Eisenwerkzeuge bauen. Moosbälle hab ich auch schon. Ach du großer Gott. Das so? Ach du heiliger. Guck mal schon. Alter, alter. So viele Monster. Hoch! You feel the rain carry beneath. Okay. Warum haben hier die ganzen Leichen Wassereimer dabei? Nein. Und alle einmal wieder mit, ey. Ja, mach ich. Warum haben die Leichen Wasser? Du hast ein Zyklops, Goro. Kommt. Guck grad in dein Häuschen rein. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Nee, da war das auf jeden Fall nicht. Da war kein... Habt ihr irgendwo Wasser geplantet zwischendrin? Bestimmt. Aus Panik. Ich möchte nichts ausschließen. Ich auch nicht. Es war ein harter Tag. Ein gebrauchter Tag. Sind da jetzt Leitein, Konrant? Nicht bis nach ganz unten. Das kann ich machen. Was? Kann ich aber machen. Ich lege jetzt erstmal hier meinen ganzen Shit ab. Mach das. Dass die Sachen nicht alle weg sind, wenn ich wieder sterbe. So, warte mal. Da ist eine Lücke von zwei. Hä? Warum sind da auf der anderen Seite Leitern? Was zur Hölle ist das denn jetzt? Ja, du hast es gebaut. Okay, Konrant, dann komm ich nochmal runter und guck mir das jetzt nochmal an mit dir. Ja, mach mal. Wieso haben wir so viele Shovelhead-Wetterns? Ich platziere jetzt noch eben die letzten beiden Leitern, dass man da auch wieder hochkommt. Alter Konrant, wie hast du die eingesetzt? Alle hinten. Noch einer sagen bitte. In die Kommentare. In die Kommentare schreibt bitte, wie ich die Leitern gesetzt habe. Alter Konrant. Alter Konrant, warum sind die auf der anderen Seite jetzt? So. Hier ist schon wieder ein Monster. Sind wir jetzt schon hier unten? Ich glaube das war hier. Ach klar, dann geht es hier lang. Hier lang. Hier lang. Und hier liegt dann die gleiche. Nice. Okay. Aber hier in der Höhle gibt es noch richtig geilen Stuff. Wenn ich wieder besser ausgerüstet bin, gehe ich hier wieder runter. So. Okay. Gehen wir erstmal wieder hoch. Ich gehe dann hier wieder rein. Nein! Jetzt fällig hier runter. Da merkt man. Da kommt der Fickse von dem Spieler raus. Wenn ich einmal sterbe, gehe ich nicht wieder rein. Da habe ich mit dem Pixel immer noch nicht gestorben. Oh, du hattest ja Gold mitgenommen, ne? Ja. Gip, 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 gip. Weiß ich nicht, ob ich das noch habe. Ich höre hier Vögel. Sei froh, dass du nicht die Clowns hörst. Wer hat die Leitern hier eigentlich so blöd gesetzt? Ich weiß es nicht. Gip, 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 gip. So. Warte, ich gucke gerade. Hab schon Gold. Äh. Äh. Hat dich gerade einen Blitz getroffen? Ja, der wisst wir. Man merkt, du bist komplett neu in der Welt, ne? Die sind toll. Yes! Mein Punkt. Jawoll. Ja, guck mal, du machst da Towncraft dann. Nee, Towncraft sollte, glaube ich, eh nicht mit anfangen. Fängt mal mit was Leichtem an. Ja, Britannia oder so. Nee, ist alles cool. So. Warte, ich muss mein Haus nochmal irgendwie saven. Ja, ich auch. Ich muss alles mal saven hier. Oh, das habe ich schon gegessen. Eine Kartoffel? Willst du eine Kartoffel essen? Das steht immer da drüber bei, ne? Dass du es schon gegessen hast und so. Jo. Eine Möhrchen kann ich essen. Tu mal lieber die Möhrchen. Kannst aber immer nur eins essen davon, ne? Nee, zwei geht manchmal. Wenn es aber 100% ist, dann geht es zwei. Und Saft. Oh, endlich wieder voll, ne? So. Hier spackt wieder irgendwo was ab. So, die Leute, die Folge ist auch wieder zu Ende. Schon wieder? Meine Frisse. Ah, das ist hier der Zyklop hinterm Haus. Die Zyklopenn hinterm Haus. Hä? Wie geht denn das Denzeltape? Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Wo du wirst angegriffen? Ja, aber dann sind das, glaube ich, die Zyklopädie. Wo du wirst angegriffen? Ja, und? Ist mir egal. Vielleicht jammert er wieder. Nicht das erste Mal. Oh, ich werde angegriffen. Hättet immer ruhig Bescheid sagen können. Oh, ich werde angegriffen. Hättet immer ruhig Bescheid sagen können. Echt, mit euch möchte ich nicht viel freundet sein. Nee, Spaß, Leute. Also, wir sehen uns in der nächsten Folgeschalte. Auf jeden Fall bei Kunra und bei Nefi vorbei. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao. Tschüss.